Hallo, ich bin Delta Charlie 2 Whisky Kilo und möchte heute mal versuchen mit diesem alten Teil hier aus Russland den SAQ zu empfangen in Schweden, den Maschinensender. Das Gerät selbst ist ein P375. Hallo, ich bin Delta Charlie 2 Whisky Kilo und ich versuche heute mit diesem alten russischen Transiever, um den SAQ Stations, den Maschinentransmitter in Schweden zu bekommen. Dieser ist ein P375. Es ist ein VLF Empfänger, was normalerweise als Zusatzgerät zu einem weiteren Empfänger war. Das habe ich aber nicht, aber damit kann man sehr schön eventuell ist der Akku empfangen. mit dem Wasser eingefangen. So und dann noch ein paar Erleuchte. So, ich kann das an anderem mit dem Wasser gelungen sein. So, ich kann das mal wiederholen. So, ich habe jetzt etwas, was ich mache. So, ich hoffe, ich habe jetzt noch nicht die Entfernung. Untertitelung des ZDF, 2020